Wir können das Problem der geflüchteten Menschen auf der Welt nicht lösen, aber wir können unseren Beitrag leisten, im Rahmen unserer Kräfte, dass es besser wird. Und ich denke, das haben wir getan. Das hat uns auch nicht überfordert. Situationen drin, die man im Englischen mit Win-Win bezeichnet. Ich war ja Rheinland-Antonien und als ich nach Rheinland gekommen bin, habe ich Herr Lewecken gelernt. Und ich bedanke mich bei ihm, weil er mir viel geholfen hat. Sollten